Erste Botschaft von Abdurginn am 28. September 2023 an Elisabeth Silvia Angelika Bayer Seid nur noch da für Menschen, die euch suchen und ehren. Nur diese sind bei euch. Sucht ihr sie, so drängt diese Energie sie erst mal weg. Tretet zurück, öffnet euch und freut euch und dankt, dass sie kommen. Hier oder auf der neuen Erde ist das wichtig. Sie sind schon da, vertraut. Haltet einander fest im Vertrauen eurer hohen Aufgabe. Gott steht euch bei. Wenn ihr richtig steht, werdet nicht lau und siegesgewiss, wenn gleich ihr des Sieges gewiss seid. Es ist diese Anspannung in euch, die es braucht. Immanuel Markus wird den rechten Zeitpunkt dafür finden. Sei gewiss. Merkst du, wie du in deinem Leben vorbereitet wurdest, schnell zu schreiben? Gut so. Jetzt ist gut für heute. Macht es gut. Seid bei euch. In Liebe zu euch. Es kommt gut. Vertraut. Ich bin bei dir, Immanuel. Ich bin bei dir, 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 ich